Wir arbeiten für diese Mission schon um, ich würde sagen, mehr als 20 Jahren. Und jetzt endlich, wir fliegen! Mars ist so ähnlich wie die Erde, aber auch so anders als die Erde. Wir müssen verstehen die interne Struktur. Wir verstehen auch, wie die ganze Geschichte des Planeten gegangen ist. Das heisst, warum gibt es keine Magnetenfälle mehr? Warum gibt es kein Wasser mehr? Warum gibt es damals vielleicht Leben, aber jetzt nicht mehr? Das müssen wir verstehen, so wie wir die Geschichte der Erde verstehen. Ja, es sind nun 20 Jahre her, seit Professor Czartini an die ETH kam und mit der Idee, dass wir eine Raumfahrtelektronik bauen werden. Jetzt haben wir die Chance, dass unsere Elektronik auf dem Mars landet und das erste Mal überhaupt seismische Signale aufzeichnet. Was wir hier sehen, ist eigentlich das Herz der Elektronik. Es ist der Prototyp, schon viel gebraucht für viele Tests, deshalb sieht es auch nicht mehr so schön aus. Tests wurden von minus 45 bis plus 70 Grad gemacht und es wurden auch mechanische Tests gemacht, damit die Elektronik den Start und auch die harte Landung dann schadlos übersteht. Die Deckung kommt von den USA. Die Instrumente, die drinnen sind, kommen von Frankreich und England. Alle die Sensoren, die sind oben, kommen von Deutschland und Spanien und wir machen die ganze Elektronik. Das heisst, es ist eine Konsortium von verschiedenen Centern und verschiedenen Ländern. Auf dem Mars zu landen, ist kompliziert. Wir kommen mit einer sehr großen Geschwindigkeit und wir müssen natürlich bremsen. Wenn wir kommen in der Nähe von der Oberfläche, der Schild geht weg, der Fallschirm geht weg, sodass er landet auf einer sehr ruhigen Stelle. Für mich wird die Mission ein Erfolg, wenn wir die ersten Events beginnen. Das braucht alles, um zu arbeiten. Es ist nicht nur die Launch, es ist nicht die Landung. Es ist dann unpacking das Seismometer. Es ist dann finden die richtige Platz für es auf dem Planeten. Und dann ist es tatsächlich sicher, dass alles auf dem Seismometer funktioniert und wir erhalten von high-quality Daten zurückkommen. Für uns, der wirkliche Jackpot der Projekt wäre, ist, ob wir glücklich sind, für eine große Meteorite zu passieren. Und auch, dass die Satelliten um die Planeten auf dem Planeten können, so wir wissen genau, wo die Meteorite liegt. Und mit den Wänden, die wir sehen können, wir können nun wirklich tief und tief die Struktur der Planeten. Es fühlt sich wirklich die Pulse der Planeten. Wir lernen die vitalen Signen, wie diese Planeten funktioniert, auf ein level von Details, das wir einfach nicht hatten. Das ist das erste Mal, dass mit einer NASA-Mission die Schweizerische Pfanne auf Mars fliegt. Das wird sicher der Höhepunkt sein von meiner beruflichen Karriere. Every 20 Jahre, das wir versuchen, einen Seismometer auf Mars zu setzen. Das ist wirklich eine once-in-a-lifetime Erfahrung. Das ist das eine schöne Erfahrung. Vielen Dank.